Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Baldur's Gate 3, dem Spiel, bei dem wir mit Katzen reden können. Das allein rechtfertigt die 80 Euro schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, sie ist so süß. Ich will sie aufwägen. Mach auf. So, wir haben, das was geht, haben wir geraubt. Jetzt reden wir erstmal mit ihr, bevor wir da oben irgendwas mit der Klerikerin machen. Ich mag ihre Haare. Verdammt, wir wissen schon zu viel. Ist das unfair? Oh Mann, ähm, sie erinnert mich immer noch an die Kacke. Ah. Wir schnuppern mal am Wein. Wegen der Mieze. Wir schnuppern mal an die Klauchgräß. A herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you, knowingly. Nein, aber mein Vertrauen verdirbt es. Den Wein trinken, den Wein ablehnen, den Wein in einem Zug trinken. Wenn ich jetzt hier sterbe, ich habe nicht gespeichert, gell? Ach Mann, ey. Kann er sich wie jedes Spiel sein, einfach alle zwei Minuten speichern? Okay, was könnten wir ihr erzählen, was recht schlimm wäre? Wir sind ein Barbar. Ich muss in meiner Rolle bleiben. Wir trinken den Wein. Wir trinken den Wein. Naja, jetzt nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe den Wein, ich habe ja die Larven noch gar nicht benutzt. Wir versuchen es mal. Keine Ahnung. Oh. Ich habe jeden Fall, ich habe jeden Fall für dich. Ich habe alle Menschen wie du. Menschen mit Parasites in ihren Gehirn. All die hier, von Baldur's Gate. Der Kult des Absoluten ist über die Stadt. Wer war ist er? Wer war ist er? General Ketherickthorne. General Ketherickthorne. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciers beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherickthorne live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there is always hope. You are that hope. Unbesiegbar, also bitte mal sehen, wie ihm ein Haupttut bekommt. The same way he dealt with my arrow in his eye, I suspect. Much as I share your desire for a simple life, we must try another way. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Oh, ich bin ich froh. Ich hab noch die ganze Zeit gedacht, hoffentlich können wir ihm noch Bescheid sagen. Okay, wir verpetzen ihn, wir sind mal eine richtige Petze. Es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die flammende Faust Marcus oben ist eine wahre Seele. Er will Isobel entführen. Oh, money! Gut, wenn die... Ja, dann sterben auch die Kühe und die Miets. Durchaus nicht. Marcus ist eine Gefahr für euch alle. Ah! Ah! Ist das gemein! Wie erreiche ich ihn? Die Türme sind von Schatten umgeben. Ja, super. Ich wollte euch noch etwas fragen. Euren Namen habe ich schon gehört. Wo? Ich höre, ihr hättet beides getan. Du musst das singen für mich, wenn alles ist getan. In any case, es war ein Leben vorhin, bis jetzt. Und für alle unsere Begriffe, wir bleiben auf der Rückseite. Wir kämpfen, wir sterben. Und wir nur hoffen, dass wenn unsere Zeit kommt, da jemand anderes zu nehmen. Rührende Worte inspiriert ihr so eure Hafen. Na super. Da prägt die Doris oben um. Wie haben die Hafener überhaupt von der Absoluten erfahren? Wie haben die Hafener überhaupt von der Absoluten erfahren? Oh Gott. Okay, wir müssen speichern. Ich habe... Egal, ob ich jetzt Mist gebaut habe. Da steht hier einfach so rum. Komme ich nicht in das andere Zimmer rein, da? Achso, das hier ist das andere Zimmer. Das Zimmer. Nein! Oh, Dreck! Boah, ist das süß! Oh, Dreck! I didn't realise I had an audience. Isabel, this is... The true soul who's going to save us all. Pleased to meet you. Err, the true soul who's going to be the best. I'm going to be the best. I'm going to be the best. I'm going to be the best. I'll be the best. Ich will jetzt ihr das nicht direkt sagen, also entweder, ich kann mir vorstellen, entweder sie weiß es schon längst, dass er sie entführen will, aber es ist doch doof, wenn, also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der ist ganz neu und der sagt mir plötzlich hier, der, der neben dir steht, schon seit, keine Ahnung wie vielen Monaten, der ist, der ist böse. Hä? Ganz meinerseits, ich habe gehört, ihr seid die Beschützerin dieses Gasthauses, die Bannerin der Schatten. Oh, jetzt habe ich mir auch in den Dunkeln. Ah, es tut mir leid. Super. Es wird dir immunes zu den Schattenffzeichen des Schattenffzeichen, die wird dich näher zu den Towers kommen. Aber es gibt es, wo es nicht zu helfen, wo es die Schattenffzeichen ist, wo es die Schattenffzeichen ist. Die Schattenffzeichen der Schattenffzeichen kann, sogar die Schattenffzeichen, die Schattenffzeichen, die Schattenffzeichen. Ich weiß nicht wie die Harpers, die Schattenffzeichen, das ist doch nicht. Wartet, Markus ist eine wahre Seele. Er ist hier, um euch zu entführen. Ah. Fass sie an und ich töte euch. Du kannst nicht glauben, Markus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. Haha, er hat schon. Oh. Time to go, Isabelle. Mache ich dem überhaupt irgendwelchen Schaden? Zum Glück habe ich meine Waffe nicht abgelegt. Es gibt sie noch. Ah, Biedrin! Nein! Ah! Mist. Na, machst du das jetzt mal oder wie sieht die ganze Sache hier aus? Na, machst du das? General Tetherick wünscht ihr, auf jeden Fall. Ich bin Fury, ich bin Death. Oh Gott, wir hätten vorher einen Nebelschritt machen können, Mist. 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 Ich habe sie gesagt mal. Markus war eine wahre Seele. Er wollte Isabel zu Catherick Thorn bringen und ich habe es dir außerdem gesagt. Ich werde sie heilen. Aber Schatten hat zwar noch nicht dran. Wieso kommt denn jetzt hier nichts von wegen? Ich habe es dir doch gesagt. Naja, was soll man dazu sagen? Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020